Hier wurde dieses dreiredrige Gespann des Vize-Weltmeisters Bieland Williams, das einem Formelwagen ähnlicher war als einem Motorrad. Bieland erläutert. Das wesentlich ist wohl die Lage des Motors. Die ist in der Mitte, Fahrzeugmitte. Das bedingt natürlich den Platz für den Beifahrer, dass der also ziemlich eng wurde und wir mussten ihn also sitzend platzieren. Und nachher haben wir weiter zwei angetriebene Räder. Nachher das ganze Fahrzeug ist wesentlich stabiler in den Bremszonen und einen besseren Abzug bedingt durch die beiden getriebenen Räder. Immerhin liegt Bieland mit diesem Fahrzeug mit weitem Abstand in Führung in der diesjährigen WM-Wertung. Was sagt er zur Kritik an seinem Fahrzeug? Dazu kann ich nur sagen, bisher hat die Konkurrenz geschlafen, weil sie das Reglement eben nicht studiert hat. Und das haben wir letzten Winter getan und so ist das Fahrzeug dann entstanden. Und es hat auch etliche Vorteile natürlich beim Fahren. Daneben ist es viel sicherer, auch für den Beifahrer, der doch einen ziemlichen Gefahrenpunkt darstellt. Und Sie hören da im ganzen Fahrerlager immer wieder Fahrer sagen, mein Beifahrer, dieser Video tat da nicht und hier nicht und das habe ich mit meinem Fahrzeug jetzt eliminiert. Und dann das Rennen. Noch liegen Bieland und Williams auf der Poolposition, zweite im Training Michelle Collins und dritte die Deutschen Schwärzel und Huber. Auch hier geht es über fünf Runden, gleich 114 Kilometer. Es ist der vorletzte Lauf, der letzte wird in 14 Tagen im Brünn in der Tschechoslowakei ausgetan. Und dann das Spitzenfeld, vorne liegt im Augenblick noch das Schweizer Gespann, aber dann schon eine Runde später die Deutschen Schwärzelhuber auf einer Fahrt. Dann Michelle Collins auf einer Saimats und die Schweizer, hochfavorisiert, halten nur den Platz Nummer drei. Und so geht es über die weitere Distanz, ganz klare Führung für Schwärzelhuber. Dahinter im Windschatten Michelle Collins und hier sehen wir noch Bieland und Williams, die aber dann in der dritten Runde ausfallen. Und so gibt es einen ganz überraschenden Sieg der Deutschen Schwärzel und Huber auf einer Fahrt, die sich damit auf den dritten Platz der WM-Wertung vorschieben. Zweite, trotz Boxenstopp, Michelle Collins auf Saimats und dritte, Gressley Russell. Die WM ist wieder völlig offensichtlich.